Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Linux Tutorial, einer sehr kurzen Version wahrscheinlich wieder. Was wir heute tun wollen ist total easy und zwar auf Linux zwei PDF-Dateien vereinigen, nämlich File1. Da steht einfach nur File1 drin und die zweite Datei, da steht File2 drin, wie ihr sehen könnt. So, und jetzt wollen wir die beiden vereinigen. Ich habe das schon häufig gebraucht und ich dachte mir, vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen. Ziemlich nützlich und dann Linux mega einfach. Was wir machen ist einfach, wir benutzen PDF-Unite und was wir brauchen ist die erste in PDF, also die erste Datei, die reinkommt. File1.pdf, dann haben wir File2.pdf als zweite Input-Datei. Hier könnt ihr natürlich so viel angeben, wie ihr wollt. Und dann haben wir die Ausgabe, ähm, Ausgabe.pdf. So, und schon ist es fertig. Wir haben hier Ausgabe.pdf und wir sehen, wir haben zwei Seiten, File1 und File2. Super geil, mega einfach und in einer Minute erklärt, in noch weniger Zeit selbst ausgeführt. Aber wie gesagt, wenn man da nach Google, dauert es einfach eine halbe Ewigkeit. Okay, ich dachte mir, ich bringe euch das einfach mal und vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.